Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia von Lias Backwelt und heute habe ich ein super leckeres Rezept für Schokomuffins für euch mit einem Vanilletopping. Wie das genau funktioniert zeige ich euch jetzt und schreibe ich natürlich wieder alle Zutaten unten in die Infobox und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.